Ich war letztens zu Besuch bei Lumex und habe hautnah erlebt, wie sein Schlafrhythmus ist. Wer von euch hat schon mal so einen schlimmen Schlafrhythmus bei einem Kollegen miterlebt? Oder hatte selbst schon mal so einen Schlafrhythmus? Spielst du heute noch mit Lenny? Äh, nee. Lenny, den könnt ihr aktuell ganz vergessen. Der hat wirklich den verkracktesten Schlafrhythmus der ganzen Welt. Der geht um 10 Uhr morgens schlafen, schläft dann bis 19 Uhr, nimmt dann die ganze Nacht auf und geht dann wieder um 10 Uhr schlafen und duscht zweimal anscheinend nachts.